Christian! Hör mal auf zu singen! Warten wir jetzt mal wieder! Richtig Sommer! Es ist Klimawandel! Du Doof! So, jetzt ist er endlich weg, der Lewandowski, ey. Was ein Wechseltheater. Das Wechseltheater war größer, als wenn ich mit meiner Frau in Urlaub fahre und sich dreimal am Tag umzieht. Der Bratzo und der Kahn, die reden dann immer um heißen Brei rum, wird der Nachfolger. Geht doch mal Klartext, ey. Wenn man Bratzo über Nacht das Handy alle is, dann sagt er dir morgens noch, ja, es gab Probleme in der zentralen Energieversorgung. Der Stecker war nicht drin, du Doof. Und ein Cristiano Ronaldo, der kommt halt nicht für eine Kiste Cola. Christian! Beschreib ich deinen körperlichen Fitnesszustand in einem Wort, dann sind wir schnell fertig. Stein! Jetzt haben die Bayern sich doch noch bedient, ne, bei Juventus Turin auf dem Fischmarkt. Ciao Ragazzi, Herr Kahn, wollen Sie so ein Makrelenbrötchen im Stehen? Und Herr Kahn so, nee, ich nehme, äh, Matches Delict. Weiß, weiß ich, wie der ausgesprochen wird da, der Vogel. 70, 80 Millionen Euro, frage ich mich, wo haben die Bayern die Kohle her vom Lewandowski-Transfer? Garantiert nicht. Top Bratzo, richtig gut hingekriegt. Und der ist einer für die Abwehr, der soll Abwehrchef werden, ne, der liegt im Stehen dann hoffentlich. Meine Fresse, ey. Ja, und das Motto der Bayern die Saison wird wie bei uns auf dem Mannschaftsabend, ne. Wenn hinten alle dicht sind und vorne keiner mehr was holt, dann wird's schwer. Andi, du bist auch so ein Viagra-Kind. Du bist ja nur am Stehen! Ja, in der Bundesliga sind ja einige noch im Trainingslager, ne. Hier RB Leipzig, die hatten Probleme, weil der große Flieger, mit dem sie, der war kaputt. Weil ich, der Trainer, jedem Spieler so vier Red Bull-Dosen in die Hand gedrückt, hätte ich gesagt, du säufst die Scheiße jetzt aus, das Zeug verleiht Flügeln und wir fliegen selbst. Männer! Psst! So ein Spiel von euch gucken ist wie die Müllabfuhr. Der Unterschied, die Müllabfuhr holt den Müll und bringt ihn nicht! Ja, in Liga 2, Paderborn-Tabellenführer. 5-0, ey, gegen Karlsruhe hier. Schützenfest, da können die Ostwestfalen. Paderborn hat das gleiche Motto wie wir auf der Kirmes-Olympiade, ne. 5 Buden in 20 Minuten. Ich glaube aber nicht, dass jetzt jeder Spieler nach dem Tor noch einen Bullenschluck sieht. Ach, Kirmes-Olympiade. Da läufst du rum, machst du Ringe werfen, Entchen angeln, schießen. Und immer wenn einer verkackt, muss er einen Bullenschluck trinken. Riesendummer. Zum Schluss ist immer Stadt, Land, Fluss, beste Antwort bisher. Stefan, nenn mal einen Fluss mit A, äh, Abfluss. Herrmann, für dich ist ein Backblech, ne, aber auch nur ein ganz kleines Raclette-Fändchen, ne. Boah, was wird das heiß die nächsten Tage. Die kommende Woche wird ihn klimaneutral präsentiert von Marvin Hitz mit Hybrid-Auto. Also Hitz, ähm, eh. Oh, ey. Oh, ey. Und mein Andi hat sich jetzt aus Hose das Innenleben rausgenommen, dass sein verknittertes Glockenspiel, ne, freien Schwung hat. Bei der Hitze ist aber das Problem, da hast du das Motto in der Hose, Tischtennisball mit Tapetengleißer. Du musst halt einen Tipp beachten bei der Hitze, ne. Trinkst du vor dem Spielen Sekt von Henkel. Und ziehst du fest deine Schnürsenkel. Dann kann er auch nicht kleben, der Hoden am Innenschenkel. Kevin! Boah, der ist so hohl, sein Chemielehrer damals. Kevin, nenn man ein wichtiges Metall, äh, Waffeleisen. Sag mal. Grüß dich. Boah, der ist so hohl, sein Chemielehrer damals. Kevin, nenn... Paderborner war der gleiche Motto wie bei uns auf der Kirmes. Hm, nochmal. Christian! Beschreib ich deine körperliche... Film! Ja, und dann haben sich die Bayern jetzt doch in Juventus... Na, nochmal. Ja. Und jetzt haben sich die Bayern doch bei Juventus... Oh, Massama! Das wird bei den Bayern, wird das Motto wie bei uns beim Mannschaftsabend, ne. Wenn hinten alle dicht sind, braucht... Das Bayern-Motto wird bei wie... Das Bayern-Motto wird bei wie... Wenn hinten alle dicht sind, bringt's auch nichts, wenn vorne... Jetzt guck ich's nach. Okay, die Outtakes sind auch fertig. Okay, die Outtakes sind auch fertig.